Das ist der Pied, der ein Terrain an einem Natura 2000-Gebiet besitzt. Und ein Koppelwanderer, der an ihrer Freizeit auch gerne hier spazieren kann. Wir wissen doch überhaupt, was Natura 2000 ist und warum das Gebiet so wertvoll ist. Natura 2000 ist ein europäisches ökologisches Netzwerk. Mit dem Ziel, uns wertvolle, die Arten am Lebensraum langfristig zu schützen. Mit Hilfe von nationalen und europäischen Finanzinstrumenten wird der Naturschutz gefördert. Dies ist ein proaktiv und kontraktuelles Erprozess, bei dem die menschliche Aktivität fest mit angewunden wird. All Momba-Land geriert sein eigen Natura 2000-Netzwerk. Zu Lützeburg sind momentan rund 28 Prozent vom Land aufgedeckt. Das ist ein Flasch von über 70.000 Hektar. Natura 2000-Netzwerk besteht aus 49 Habitatgebieten und 18 Vollschutzgebieten, die sich auf verschiedenen Pläten überschneiden. Für alle Natura 2000-Gebiete gibt es Gestionspläne, an denen Maßnahmen und Restaurationsabendstoffe füge sie sind. So werden zum Beispiel Bungarten mit lokalem Obst aufgelöst. Oder Flüsse aus ihrem Betonsbett befreit und so der Natur ihre freie Lauf gelöst. Lassen Sie alle Frauen mehr über das Natura 2000-Netzwerk zu wissen, und können Ihnen so helfen, den besonderen Lebensraum mit ihren vielen verschiedenen Arten zu schützen. Jürgen Wator 2000-Netzwerk. Für alle Natura 2000-Netzwerk und Beobachtung in Böden. Für alle Natura 2000-Netzwerk. Vielen Dank.